Es war eine gute Schärfe drin im Training, hereingetragen durch das Trainerteam, aber auch aus der Mannschaft selber. In der Zeit, in der ich jetzt hier Trainer bin, habe ich es geschafft, glaube ich, mit der Mannschaft zusammen die positivste Heimserie in der Werder-Geschichte hinzulegen und auch die negativste. Am Anfang haben wir jedes Heimspiel gewonnen, ich glaube, da waren wir 16, 17 Heimspieler am Stück ungeschlagen und jetzt so rum. Das ist sehr, sehr schade, weil das Weserstadion natürlich immer dafür steht und es auch wieder stehen wird, dass es hier sehr, sehr unangenehm ist, als Gastmannschaft hinzukommen. Wir müssen zusehen, dass wir diese Heimbilanz verbessern und das ist unser klares Ziel für Samstag. Klar ist aber auch, es ist jetzt nicht so, dass das für uns in der Mannschaft ein Riesenthema ist, also weil wir jetzt nicht den Eindruck haben, dass wir dieses Jahr zu Hause systematisch schlechter spielen als auswärts. Das würde ich so auch nicht sehen. Aber nochmal, ich gewinne sehr, sehr gern zu Hause und damit können wir gerne Samstag wieder anfangen. Die eine unsichere Personalie haben wir, das ist Ludde. Das wird sich wahrscheinlich morgen vielleicht auch erst am Spieltag entscheiden, ob er spielen kann. Da sind wir momentan noch in Untersuchung. Ansonsten habe ich eigentlich nur gute Nachrichten, was das Personal angeht. Davy und Fülle sind mit Sicherheit so weit, dass sie auch länger spielen können. Milot wird zum Kader gehören und dazukommen. Alle anderen sind gut durchs Leverkusen-Spiel gekommen und gesund und fit, so wie wir sie vorher auch hatten. Grosso und Patrick Erras werden nicht zur Verfügung stehen, wobei es insbesondere bei Grosso auch ganz gut aussieht, dass er dann nach der englischen Woche schon wieder dabei sein könnte. Ich hatte diese Woche zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man die Mannschaft in irgendeiner Form wachrütteln müsste oder Sonstiges. Das überhaupt nicht. Aber es war eine gute Schärfe drin im Training, hereingetragen durchs Trainerteam, aber auch aus der Mannschaft selber. Und dementsprechend bin ich bis hierhin zufrieden. Ich spüre den absoluten Willen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen, bei mir, bei der Mannschaft. Und das werden wir versuchen umzusetzen am Samstag. Ich finde schon, dass Maxi sehr viel Verantwortung übernommen hat. Und eine der herausstechenden Eigenschaften von Maxi ist, dass er immer erst an die Mannschaft denkt und dann an sich denkt. Und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass Davy da eine riesengroße Lücke hinterlassen hat bei uns. Ich glaube, ich habe es immer schon gesagt, als er bei uns war, wie wichtig Davy für uns ist, werden alle erst merken, wenn er nicht mehr da ist. Und wir fangen das als Gesamtkonstrukt auf. Und da spielt Kevin Müllwald eine Rolle, da spielt Manuel Mbom eine Rolle, da spielt Leo Bittencourt eine Rolle und natürlich auch ein Maxi. Aber da gibt es keinen 1-zu-1-Nachfolger. Das wäre nicht gerecht, jemandem das aufzubürden. Ja, es gilt eigentlich dasselbe, wie wir im Sommer gesagt haben, am Ende der Transferphase. Es kann sein, dass er uns verlässt. Es kann aber auch sehr gut sein, dass Milot dann auch die komplette Rückrunde bei uns spielt. Wichtig ist jetzt, glaube ich, für Milot sich erstmal, und das hat er sehr, sehr professionell auch getan, sich auf den Reha-Prozess einzulassen. Alles andere wird man dann in den nächsten, weiß ich gar nicht, zwei Wochen, gut zwei Wochen dann sehen.